Lasst uns Weihnachten für alle spürbar machen. Das Team der ambulanten Wohnungslosenhilfe von der Caritas Beratungsstelle Meppen möchte auch in diesem Jahr trotz und gerade wegen der Corona-Pandemie den wohnungslosen und bedürftigen Menschen eine Freude bereiten. Viele Menschen fühlen besonders in der Weihnachtszeit ihre Einsamkeit und Verlassenheit umso stärker. Mit einer Geschenkpartneraktion möchten wir denen Aufmerksamkeit schenken, für die Weihnachten eine traurige Zeit ist. Werden Sie Geschenkpate und gestalten Sie ein Päckchen mit Dingen, empfohlener Wert 25 bis 30 Euro, die den Bedürftigen ihren Alltag erleichtern und verschönern, zum Beispiel Kaffee, Süßes, Hygieneartikel, Gutscheine etc. Das Päckchen können Sie in der Caritas Beratungsstelle Meppen kontaktlos abgeben. Gerne können Sie den Bedürftigen auch eine Spende zukommen lassen. Wer auch mit Worten seine Verbundenheit ausdrucken möchte, kann dies in der Propsteilkirche Meppen tun. Hier haben wir eine gute Wünschewand aufgebaut, auf der Sie Ihre Weihnachtswünsche für wohnungslose, einsame und bedürftige Menschen aus Meppen und der Umgebung aufschreiben können. Wir sagen im Namen unserer Klienten ein herzliches Danke und wünschen Ihnen und Ihren Liebsten eine gesegnete Weihnachtszeit. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020